Moin a ka, ma ka lai, meine lieben Nanda und galnando und wir gehen heute weiter mit der RRR Serie. Und zwar schauen wir heute den Glimpse an davon, aber noch ganz kurz bevor wir den Glimpse anschauen, möchte ich noch aufs Poster oder respektive das Titelbild eingehen. Das fand ich mega cool gefunden und auch recht interessant. Erstens, also damit ihr das auch noch besser seht, erstens das RRR, das hat mich schon mega im Wunder genommen, für was das überhaupt steht und jetzt sehe ich es richtig einmal Rise, Roar, Revolt und ja, es hat halt schon, keine Ahnung, wir spüren halt schon die ganze Energie und die ganze Kraft, vor allem mit den zwei Introductions, die wir gesehen haben und es ist mega geil dargestellt mit den beiden, mit eben Wasser, Feuer und so und unter den zwei R's, links und rechts, ist auch eben Wasser und Feuer Linie, also sind sich mega müde drin. Was auch noch interessant ist, ist in den R's drinnen, sieht man gleich ein Linksgesicht vom Ramaraju und rechts das vom Beam und in der Mitte so die Hände, die sich so halten oder brüllerlich sich so halten. Ich glaube, was anscheinend ist, sind die wahren Figuren, also die wahren Charaktere, die sind ja, also das ist ja fiktive Story based on true Characters und die Charaktere haben sich glaube ich nie begegnet, obwohl die beide aus der Delunger Region sind, aber die haben sich glaube ich nie begegnet, aber ich finde es recht interessant oder ich bin gespannt, wie sie das trotzdem darstellen, wie sie sich treffen und alles. Was auch noch interessant ist, beim mittleren R oben sind wir in India 1920, so 1920 und ja, wahrscheinlich ist das irgendwann, ja, dort etwas passiert, 1920. Ähm, ja voll, aber ich hätte gesagt, gehen wir jetzt mal zum Glimpse rüber und ihr könnt mir sonst auch noch sagen, falls ihr irgendwie etwas noch sehen, was ich da jetzt nicht bemerkt habe, weil das ist recht flitrig, aber ich glaube, ich hätte so das meiste gesagt, ja voll. Okay, gut, also der Glimpse. Leider keine Untertitel, aber es ist sowieso nur kurz, darum ist es okay. Was ist das gewesen, kann ich nur noch einen Schuss oder ein Spiel? Oder ein Spiel? Oh, geil! Oh, seine Mehrereffekte sind so geil. Ohoho! Oh shit! Oh mein Gott, der Tiger! Oh, das muss ich noch schnell anschauen. Oh mein Gott, wie der einfach kommt. Boah, heftig! Alter, das sieht so richtig nach geilen Action aus. Uh! Ja, ähm, keine Ahnung, das meiste habe ich schon in anderen zwei Introductions gezeigt, aber sehr heftig. Ich weiss nicht genau, ist das so... Unabhängigkeit, etwas? Oder halt einfach die Schlachtöte. Aber diese Mehrereffekte sind richtig on point. Also richtig, richtig geil, muss ich echt sagen. Also, cool dargestellt. Ähm, cool übergebracht. Also jetzt, ja, übergebracht eben, wie man sie dann etwa 40 Sekunden sagen kann. Aber, äh, nein, bin ich sehr begeistert. Auf jeden Fall, danke auch vielmals fürs Zuschauen. Ähm, wenn ihr erstens noch irgendwelche Infos habt, die ich noch nicht gesagt habe, oder wo interessanter wäre, äh, wäre es mega cool, wenn ihr die unten in den Kommentaren schreiben könnt, damit ich da auch noch ein bisschen mehr vom Background der Information, ähm, ja, entziehen kann. Und wir müssen so selber ein bisschen, ähm, elevieren. Aber an dieser Stelle, den anderen haben aber geleid. Danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen zum nächsten Video. Ciao zusammen! Ciao! 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 Ciao!